Habeck verteidigt vehement die Gasumlage. Ist das der richtige Weg? Wir haben ja von Anfang an gesagt, es wäre besser gewesen, dieses Unternehmen unter einen staatlichen Schutzschirm zu stellen, so wie wir das in der Corona-Krise und der Finanzkrise schon einmal erprobt haben. Das können wir, wir wissen, wie das geht. Und jetzt will er beides machen. Er will das Unternehmen verstaatlichen und er will die Gasumlage erheben, die zu 92 Prozent dann in ein verstaatlichtes Unternehmen fließt. Er selber hat Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Umlage und der Finanzminister sagt, ist es alles in Ordnung, das kann man so machen. Also Sie sehen auch in diesem Beispiel Streit in der Bundesregierung, Unklarheit und leider eben auch Unklarheit für Verbraucher und Unternehmen.